So, kurz vorm Abendessen, also so schaut es hier draußen aus. Das ist das Hauptrestaurant sozusagen, kann man innen und außen essen. So, Fitnessstudio da hinten, Sportsbar, ja und dann sind die Gebäude halt, wo man drin wohnt. Da ist noch ein Springbrunnen und da in der Richtung ist auch das Meer dann und die Pools. Noch ein paar Shops und der Daniel, der schon hungrig auf den Einlass wartet.